Maske runter und wir stürmen das Revier Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert Nur ein falsches Wort und die Scheiße es kann hier Äh, Coach Frankie aka der Kuffar aka Los aka Khanzir hat Streit mit Manuelsen Okay, wir schalten mal direkt ein Mal zwischen Manuelsen und Coach Frankie zum Clip Dies Wagner Rapper Al-Bana aus der Schweiz dem So, Al-Bana aus der Schweiz oder so haben Ansage an Farid Bang gemacht Farid Bang haben zukommen lassen Nizar sagen geht an ein paar deutsche Rapper die es wagen, eine albanische Mütte zu beleidigen oder allgemein uns Albaner in die Fresse zu nehmen und entdecken dich aufzuhören Punkt 1 Farid Bang Wie wachst du es, Bösemann seine Mutter zu beleidigen? Ich und Bösemann f***en zusammen deine Mutter Nizar Ich hab schon einmal deinen Live-Scheit gecrasht Du hattest Glück, dass du zu meinem Kumpel sein Laden wärst sonst hätte ich den Laden und dich auseinandergenommen Du bist der Nächste, Farid Bang und Nizar und alle anderen Kinder Ihr verdammten Kinder f***er Wir werden kommen und euch komplett zerstören Mönnen im Ernstab, B-S-A-B-S Naja, und um ehrlich zu sein Was war das? Guck, wo hast du den ganzen Links gesehen? Ich musste auf diese Bier starren Ich habe es nicht ganz verstanden Also wer ist denn jetzt Nizar? Nizar glaubt er meint er Nizar von Cheyenne? Ich kenn ja nur den Nizar Ja, also, hä? Wir gucken nochmal, also Nizar Was hat er damit zu tun? Was hat Nizar denn dazu gesagt? Wie hat Nizar Bösemanns Mutter beleidigt? Wir gucken mal ganz kurz nochmal Dem Farid Bang haben zukommen lassen Nizar sagen geht an ein paar deutsche Rapper Wie geil er sagt Rapper Aber ist halt der Akzent, ne? Ist halt Schweizer, ne? Also, oder? Hat er gesagt Schweiz, ne? Ach, ich glaube, Schweiz bin er meinet Warte Ja, also Punkt 1 Wie sich Farid das wagt Ist ja wohl klar Wenn der jahrelang beleidigt wird Von A bis Z Und dann irgendwann kommt man auch eine Reaktion Aber ich finde das generell ein bisschen komisch Dass man hier versucht Das so nationalistisch zu klären Ein Albaner Ein Marokkaner Ein was weiß ich was Das hat mit Albanien nichts zu tun Das hat mit der Herkunft gar nichts zu tun Also, ne? Das ist so dieses Mobilisieren von Ey, wir sind Landsleute Wir müssen uns formatieren mäßig Das ist so Weiß ich nicht Das machen Leute immer, wenn die nichts Unnötig, finde ich So Also Wir haben genug albanische Brüder Ich bin mit Albanern aufgewachsen Also einer meiner besten Freunde Ist auch Albaner, ja, ne? Und Wo kommen wir da hin? Du Albaner, du bist das Mann Keiner hat uns Keiner hat Keiner hat sich ausgesucht Aus welchem Land der kommt Ja Wenn das so wäre Dann würde Weiß ich nicht Die Hälfte unserer Kanacken Die würden Italiener sein plötzlich Weil die so Gigolos sind Latinos Ja, am Ende Hat keiner von uns Sich entschieden Was er sein möchte Das Wichtigste ist Was für ein Mensch du bist Du kannst Albaner sein Du kannst Russe sein Du kannst Iraner sein Du kannst Türke sein Das ist völlig egal Wenn du korrekter Typ bist Bist du ein korrekter Typ Fertig aus So, ne? Natürlich, klar Wenn jetzt einer sagt Jetzt scheiß So und so Land Dann klar Kann ich verstehen Wenn andere sagen Ey, was soll das? Ist auch klar Natürlich Aber hier wurde ja nicht Albanien oder so Beleidigt oder sonst irgendwas Deswegen verstehe ich das gar nicht Aber wir gucken mal weiter Nochmal rein Achso, er sagt Nizar Wer? Er sagt Nizar Ich hab schon einmal Deine Live-Show gecrashed Ja, Nizar Er meint Nizar von Von Cheyenne Aha, okay Glaube ich jetzt So wie der Chat ist Er sagt Ich hab deine Live-Show gecrashed Das heißt Nizar hatte mal In einem Podcast erwähnt Dass er in Schweiz Einen Streit mit einem Albaner hatte Echt? Ja Hat er das gesagt? Ah Und das waren jetzt die Weiß ich nicht, ob das die sind Aber wenn Nizar sagt Ich hatte in Albanien In der Schweiz Stress mit einem Albaner Und wenn er jetzt da sitzt Und sagt Ich hab ein Live-Ding gecrashed Dann muss er das ja sein Ne? Gucken wir mal weiter Du hattest Glück Dass das mein Kumpel Sein Laden wäre Sonst hätte ich den Laden Und dich auseinandergenommen Du bist der Nächste Fahrradbring Und Nizar Und alle anderen Kinder Ihr verdammten Kinder Wir werden kommen Und euch komplett zerstören Ja es ist halt immer komisch Wenn man so sagt Ihr Kinder Oder ihr Kinder Oder was auch immer Mit solchen Wörtern rumschmeißt Das sind schwerwiegende Wörter Ich verstehe nicht Wie man solche Wörter Einfach sagen kann Das ist schon echt heftig Also das Wort Kinder Also ich weiß nicht Solche Wörter einfach Einen anderen Mann An den Kopf werfen Das ist eine harte Nummer Das ist wirklich eine harte Nummer Aber ich verstehe nicht Was hat denn Nizar überhaupt gemacht Dass er das stürmen wollte Ich verstehe nicht Was er damit zu tun hat Er hatte einen Witz gegen Albaner gemacht Weiß er wie er seinen Humor Ach so Ja ey Bei aller Liebe Einen Witz gegen Albaner machen Ich küss dein Herz Wie viele Stand-Up-Comedien machen Witze gegen Iraner Oder gegen Was weiß ich was Alter Das ist Comedy man Scheiß drauf Kann man doch nicht ernst nehmen So was Ja Bessa Bess Kennen wir ja mittlerweile auch Auge um Auge wahrscheinlich Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe Wie gesagt Ich weiß nicht ob das eine albanische Mafia ist Und so Also unsere Mafiosi ist trinken kein Bier am Tisch Aber das ist jedem selbst überlassen Das ist wie gesagt Geht uns nichts an Aber ich weiß nicht warum man da versucht Nationalitäten zu vermischen Aber alles gut Gucken wir weiter Hat er falsch verstanden Hat er falsch verstanden Der Mann sagt Das war von Niza Oder hat gestürmt wollen sein Auf jeden Fall War dieser Geht die er gepostet hat Hört man den Song Plus hat einen Link Um auf den Song zu kommen Stellenden oder grausamen Inhalten Verstößer Das heißt Der gute alte böse Mann Hat irgendeinen Disstrack Oder einen Song Einen aggressiven Song Hochgeladen und veröffentlicht Hat von YouTube Dadurch einen Strike kassiert Und wird jetzt erstmal Eine Woche Nichts hochladen können Vorausgesetzt Er hatte vorher schon Eine Verwarnung Oder so Ja der Komischerweise Also nach dem Farid Bengtis Hat ja böse Mann Quasi eine Antwort gemacht In einer Form von Video Darauf können wir leider Nicht reagieren Weil ich kann das nicht Hochladen Weil da wieder Gestrikt werden Könnte man natürlich Nur jetzt hier Für den Stream gucken Aber ist auch so behindert Kann ich nicht hochladen Die Scheiße Danach kam irgendwie Ein Song von ihm Plötzlich Zufälligerweise Also der hat einen Song Rausgebracht Dann auch über Krieg Und so Und jetzt heißt es Dass das wegen Grausamkeit Oder so Gesperrt worden ist Das könnte noch Ganz ganz übel ändern Vorausgesetzt Diese Leute Die da die Ansage Getroppt haben Sind nicht genauso Luftpumpe Wie die ganzen TikToker Die Ansage Ja Also wie gesagt Wir kennen die Leute Da am Tisch Keine Ahnung Ich weiß auch gar nicht Warum die sich Eingemischt haben Vielleicht tun die Den bösen Den bösen Kelber Nein Gefallen Oder so So Nach dem Motto Jo Wir halten ein bisschen Zusammen So Ich denke mal nicht Dass das dem Farid beeindrucken wird Also Farid Ich weiß auch nicht Was die Leute denken Von Farid Also Farid Ich weiß nicht Was manche Sich echt denken Farid ist jetzt Auch nicht Irgend so ein Lellek Oder ich kenne Farid 15 Jahre Ist ein stabiler Kerl Stabiler Bruder Was die alle Was einige Sich so wirklich Denken Ich weiß es nicht Also Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht